Wir sind im FAZ, in Singen, das heißt wir, die Wirtschaftsjunioren aus Konstanz-Hegau und bereiten uns auf den morgigen Samstag vor. Denn morgen werden die Kugeln und Bälle gemischt für das Jahr 2014. Was geht dann bei den Wirtschaftsjunioren ab? Wer übernimmt welche Aufgaben? Wie kriegen wir die ganze Mannschaft zusammen? Was begeistert dich an den Wirtschaftsjunioren? An den Wirtschaftsjunioren begeistert mich, dass du auch als noch nicht Selbstständiger mit offenen Armen begrüßt wirst. Du kriegst unglaublich viel Input, du lernst unglaublich interessante Menschen kennen, das ist Wahnsinn. Und wie ist das bei dir? Ja, der Input ist auf alle Fälle sehr gut. Austausch, wo man dann gar nicht erwartet, dass man einfach denkt, so hey, ja, wie wird das? Und der eine ist Informatiker oder habe ich damit was zu tun? Nee, und dann kommen interessante Gespräche und es bekommen Inspirationen und es stößt an und ja, es gefällt. Mit freundlicher Unterstützung von Schuldeisen Medien und Werbekondome. Ihre Werbung mit Kondomen.